Einen wunderschönen guten Tag, finde ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind heute hier mit... Sorry, ich habe nur zwei Stunden geschlafen und hatte Lerga und ich habe morgen wieder Lerga. Wir sind heute hier mit der nächsten Mockdraft Reaction. Wir haben letztens eine gemacht zu Daniel Jeremiah, wo mir dann die Kamera abgeschmiert ist nach den ersten zehn Minuten. Ich hoffe, das passiert heute nicht, ist aber auch nicht so wichtig. Heute machen wir eine für Bucky Brooks. Das ist mehr oder weniger der Partner in Crime für Daniel Jeremiah. Die haben zusammen den Move the Sticks Podcast, in dem sie auch über ihre Picks geredet haben. Ich habe den von Jeremiah fast vergessen, wenn ich ehrlich bin. Und den von Bucky Brooks habe ich noch nicht gesehen. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Wir gehen direkt rein. Let's go. Oh, vergessen zu erwähnen. Abonniert, wenn ihr neu seid. Kostenlos. Kein Risiko für euch. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es sofort zurücknehmen. Könnt es in einer Woche zurücknehmen, wann auch immer. Gut, wir sind hier. Bears haben nach wie vor den ersten Pick. Und die Begründungen hier sind die gleichen. Der Dolphins-Pick fehlt natürlich, weil er nicht da ist in echt. Und ich glaube, das war letztes Mal vor dem letzten Playoff-Wochenende. Deswegen sind jetzt hier noch ein paar mehr Picks in der richtigen Reihenfolge. Aber 28 bis 31. Also die letzten vier sind in der Reihenfolge nach Regular Season Record gemacht. Und Strength of Schedule steht hier. Also wir fangen an mit den Bears und Will Anderson. Ich bin mir ehrlich nicht mehr sicher, ob es bei DJ Will Anderson war oder Jalen Carter. Aber über die beiden haben wir jetzt inzwischen genug geredet. Ich werde natürlich noch auf Stärken und Schwächen von denen eingehen in dem tatsächlichen Video, wo ich mich dann um die Interior-D-Line und um die Edge-Rusher kümmere. Auf zwei Bryce Young Texans. Auch das ist nicht wirklich irgendwas Besonderes. Disruptive Edge sehe ich gerade noch mit Überflussbrauch. Den okay. Ja, logisch. Okay, gut. Also ehrlich, ich habe momentan, mache ich mir nicht so Sorgen um Bryce Youngs Ties. Weil ich weiß, dass die NFL nochmal was anderes ist. Aber weil ich auch vor allem weiß, dass in der SEC du auch Probleme kriegen solltest. Ganz furchtbare Grammatik in meinem Satz. Sorry. Wenn du zu leicht bist normalerweise. Und die hat er auch nicht gehabt. Auf drei geht es weiter mit Jalen Carter. Freak Athlete ist alright. Jalen Carter, Will Anderson haben wir drüber geredet. Beides definitiv Top 3 Talente. Und das kann sich bis zum Draft natürlich noch ändern. Wir denken an Kayvon Thibodeau, der letztes Jahr ein bisschen gefallen ist. Und Trevon Walker, der extrem nach oben geschossen ist. Aber sehe ich ehrlich gesagt nicht so kommen bei den beiden. CJ Stroud auf vier. Auch das ergibt Sinn. After Cycling through Bevy of... Bevy? Ja doch. Ich mag CJ Stroud. Ich bin noch nicht komplett durch, logischerweise. Ich bin noch nicht mal halb durch, würde ich sagen, durch Scouting. Aber momentan würde ich auch sagen, das passt zu den Colts und ihrem, wer auch immer der Headcoach ist. Tyree Wilson. Das ist einer, der schon einen kleinen Sprung gemacht hat. Ich kann mir bei Seattle tatsächlich relativ viel vorstellen. Aber Edge ist natürlich eine High-Value-Position. Tackles brauchen sie momentan nicht. Und ich würde sagen, nach Quarterback und Tackle ist Edge dann auf jeden Fall größter Wert. Und Tyree Wilson hat auf jeden Fall Top 5, oder nicht auf jeden Fall Top 5 Talent, aber hat Top 5 Potenzial, sagen wir mal so. Detroit Lions auf sechs. Brian Brzee. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Adding another Trent Warrior to the Lions defensive line will help head coach Dan Cameron, defensive coordinator Aaron Glenn, build a bully in Motown. Wir haben schon ein bisschen über Brian Brzee geredet. Und das ist halt jetzt das, was mich ein bisschen verwirrt, dass er auf sechs in dem Mock-Draft ist. Und bei Daniel Jeremiah war er auf was? 30? 29? Irgend so was in dem Dreh. Ich sehe ihn momentan irgendwo dazwischen. Sechs ist mir ehrlich gesagt ein kleines bisschen zu hoch. Also wenn morgen der Draft wäre und das wäre der Pick von den Lions, dann wäre ich zumindest ein kleines bisschen verwundert. Ich habe zur Zeit sehr großes Vertrauen in unseren GM, aber das würde mich ein kleines bisschen wundern. Obwohl die Position und der Art Spieler natürlich sehr zu den beiden passt zu unserem GM und Head Coach. Paris Johnson, Offensive Tackle. Okay, anderer erster Offensive Tackle als bei DJ, glaube ich auch. In New Franchise Quarterback. Ja, müssen wir mal gucken, ob da vielleicht Tom Brady oder wer auch immer kommt. Aber ja, falls keiner in der Free Agency kommt, kann ich hier auch Will Leveson zum Beispiel oder sogar Anthony Richardson. Aber momentan, oder man geht ja davon aus, dass ein anderer Veteran Quarterback kommt und dafür dann die O-Line verstärken, sehe ich auf jeden Fall. Peter Skoronsky, das war nämlich der Erste, kommt direkt dahinter zu den Falcons. I like to fortify an Offensive Line. Die haben schon so viel investiert in die O-Line. Und ich weiß ehrlich nicht, ob das das Cleverste ist oder ob man da vielleicht eher sogar in die Defense gehen sollte. Falcons-Fans, lass mich wissen. Will Leveson zu den Panthers in dem Beispiel. If the Panthers move on from panning for agents, I'm done it. The team could take the flyer on a boomer bus prospect with intriguing tours. Das hat halt auch so ein bisschen den Flair jetzt, weil sie Frank Reich gesigned haben. Weil er ein bisschen diesen Ruf weg hat als Quarterback Whisperer. Das klingt so, als würden sie versuchen, einen jungen Quarterback zu entwickeln. Aber es ist natürlich alles nur Spekulation. Entschuldigung, Miles Murphy auf 10. Zu den Eagles passt gut. Eagles hatten im letzten Mockcraft auch einen Edge. War das vielleicht sogar auch mal, Miles Murphy? Also das passt auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge. Und wir hatten schon drüber geredet, viele D-Liner, die eventuell retiren, wo der Vertrag ausläuft und so weiter. Deswegen, man denkt, oh, die D-Line ist doch stacked. Warum noch einen? Aber die füllen quasi nach, weil sie gesehen haben, oh, funktioniert gut mit einer geilen D-Line. Deswegen sorgen sie dafür, dass sie weiter gute D-Line haben. Aber Brad Jones, hier gehen deutlich mehr Offensive Linemen früh, habe ich das Gefühl. Zwei Top 10, drei Top 11. Nächster Offensive Tackle zu den Titans, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Quentin Johnson, da sind wir an einem kleinen Reibungspunkt angekommen. Weil ich nicht der allergrößte Quentin Johnson-Fan bin. Aber um fair zu sein, bin ich immer ein kleines bisschen zu niedrig auf so eine Art von Receiver. Ich bin noch ehrlich kein riesiger Fan von DeAndre Hopkins am Popular Opinion. Ich bin kein riesiger Fan von Mike Evans. Ich weiß, dass die krass sind, verstehe mich nicht falsch, aber würde ich mir die im Vergleich zu anderen Top Receivern mit einem anderen Spielstil aussuchen? Auf gar keinen Fall. Cyrus Torrance, ja, deutlich, deutlich mehr O-Line-lastig bei Bucky das Ganze. Jets würde ich vermutlich auch lieber in die Defense gehen, so counterintuitive wie es klingt. Aber kommt natürlich auch darauf an, wer der Quarterback ist. Das kann ich ansonsten auch sehen. Michael Mayer, Tydent. Und inzwischen gehe ich irgendwie nicht mehr davon aus, dass er der erste Tydent ist. Tydent ist aber auch eine extremst schwierige Position zu evaluieren, weil es keine Production Position ist, falls es Sinn ergibt. Also Tydent musst du wirklich nach Potenzial angucken, weil in vielen Colleges die Tydent einfach nicht so benutzt werden, wie sie in der NFL eventuell benutzt werden. Und dementsprechend kannst du jetzt nicht sagen, Michael Mayer war der beste College-Tydent von der Draft-Class, was er definitiv war. Und dementsprechend wird er aus der Draft-Class auch der beste NFL-Tydent sein. Ich sehe zum Beispiel extrem viele Leute, die zurzeit super hoch sind auf Dornon Kincaid. Kincaid, sorry. Ich habe noch nicht so viel von dem geguckt, aber ich kann mir langsam vorstellen, dass der der erste Tydent ist. Ansonsten, Tydent zu Patriots fühlt sich ein bisschen Klischee an, ich weiß ja nicht. Brian Branch zu Packers, ich glaube, das war in DJs auch so und das würde mich ärgern, weil ich den sehr mag, weil ich finde, das ist ein extrem guter Spieler und das wäre ärgerlich, wenn der zu den Packers geht. Aber die Packers haben sowieso Tendenzen, die Beasts zu draften, die ich geil finde, deswegen eh. Devin Witherspoon zu den Commanders, den auf 16 zu kriegen, generell den besten Cornerback auf 16 zu kriegen, ist crazy. Es sei denn, man zählt Brian Branch als Cornerback, aber der ist auf keinen Fall, oder nicht auf keinen Fall, aber der ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der beste Outside-Corner in dem Draft. Deswegen auf 16 den besten Cornerback zu kriegen, einfach sitzen zu bleiben, stark. Joey Potter Jr. geht direkt dahinter zu den Steelers, ich glaube, die hatten bei DJ auch einen Cornerback, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die beiden Picks fühle ich hier auf jeden Fall sehr, die kann ich so kommen sehen. Und direkt dahinter der nächste Cornerback zu den Lions. Ich denke, wenn jetzt nicht auf einmal Jane Ramsey kommt oder sowas, dann musst du mit einem der beiden First-Round-Picks einen Cornerback draften. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt einen Boundary-Corner nehmen würde, aber das ist in Ordnung. Wenn wir Hilfe auf Corner kriegen, nehme ich alles, was ich kriegen kann, Christian Gonzalez. Wenn, ich sag mal, die beiden weg sind, den dann als dritten Cornerback zu nehmen, bin ich voll dabei. Ich weiß immer noch nicht, wie ich bei den Cornerbacks wirklich die Reihenfolge am Ende setze. Da sind sehr, sehr viele oben sehr eng zusammen. Was ich krass finde, weil die ganzen letzten Jahre hatten wir immer so entweder einen Top-Corner oder so zwei zusammen. Letztes Jahr zum Beispiel als Horst und Stingley. Okay, aber jetzt haben wir eine Klasse, wo ich momentan noch bei vier, fünf Cornerbacks schwanke, wer davon mein Lieblings-Corner ist in der Draft-Klasse. Drew Sanders, Arkansas, Linebacker. Weiß ich nicht, ob er der erste unbedingt ist, aber sehe ich auf jeden Fall kaum super athletisch. Und natürlich ein Thumper, da steht es. Also der kann auch mal einen Hit legen. Jackson Smith und Jigba zu den Seahawks. Ich sehe keinen Receiver bei den Hawks. Die haben ihre zwei und das muss eigentlich reichen. Nochmal so viel Kapital einzustecken, bin ich kein Fan von. Das sei denn, du gibst einen von den anderen beiden ab. Dann kann ich es kommen sehen. Aber wozu? Das funktioniert eigentlich alles sehr gut. Ich glaube, bei den Hawks würde ich wirklich pur in die Defense gehen dieses Jahr. Allerdings, wenn du auf 20 noch an den zweitbesten Receiver im Draft kommst und für viele Teams, ich glaube, auch da gibt es momentan keinen Consensus Nummer 1 Pick, dass die meisten Teams sich einig sind, wer der beste Receiver ist oder so. Das heißt, vielleicht ist das sogar für die Hawks der Nummer 1 Receiver. Und wenn du an den da rankommst auf 20, dann musst du vielleicht einen Trigger ziehen. I don't know. Bijan Robinson zu den Chargers. Hier steht es auch. Das wäre schon ein ekliges Duo mit Austin Eckler. Das würde vermutlich darin resultieren, dass Austin Eckler da ein bisschen mehr Slot spielt und so weiter. Weiß ich aber auch nicht, ob das die Position of Need ist. Allerdings sind in dem Mock jetzt halt auch schon sehr, sehr viele O-Liner vorher weggegangen. Anthony Richardson wieder zu den Ravens. Ich frage mich, ob die beiden da was gehört haben, weil das verstehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich. So, entweder du planst mit Lamar oder halt nicht. Committed to keeping Lamar in Baltimore. Can't reach long-term deal. I don't know. I don't know. Weil das Ding ist, du würdest Lamar ja quasi taggen, mit der Vorbereitung schon, ihn nächstes Jahr loszuwerden. Dadurch geht auch dein ganzer Leverage für eventuelle Tag-and-Trade-Szenarien flöten und sowas. Also, ne, das mag ich nach wie vor nicht. Cam Smith. Sehr, sehr geil, den auf 23 noch zu kriegen. Das ist auch einer von den Cornerbacks, die noch im Rennen sind in meinem Kopf für Nummer 1 Cornerback-Spot. Der kommt mit ordentlich Swagger, der kommt mit ordentlich Attitude. Also, das würde mich auf jeden Fall freuen für Vikings, sage ich mal. Kili Ringo bin ich noch zwiegespalten momentan. Hyperathletisch, aber manchmal nicht so instinktiv, beziehungsweise zu einfach verarschbar, falls man das so sagen kann. Jacksonville Cornerback gehe ich aber mit. Safe Laws zu den Giants finde ich cool. Mehr Waffen für Daniel Jones, das würde ich auf jeden Fall nehmen. Ich denke nach wie vor, den Giants fehlt ein Nummer 1 Receiver. Also, wenn hier zum Beispiel ein Quentin Johnson noch ist, dann weiß ich nicht, ob ich den vielleicht eher nehmen würde. Ich habe vor ein paar Tagen getweetet, dass Safe Laws mein Receiver 1 ist. Gehe ich auch mit. Aber er hat nicht diese, er füllt ja diese Ex-Rolle aus, nicht wirklich. Und ich habe gerade überlegt, ob es dann vielleicht sogar cleverer wäre, einen Addison zu nehmen. Der füllt die eigentlich auch nicht wirklich aus, aber vielleicht mehr als Safe Laws. Alles sehr, sehr merkwürdig. Deontay Banks ist mir zu hoch in der ersten Runde, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist auch dazu noch Maryland, ist kein extrem großes College, was Football angeht. Deswegen, da muss ich noch mehr, 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 mehr gucken. Jordan Addison geht dann jetzt zwei Picks nach Safe Laws zu den Bills. Bills noch ein White Receiver. Ja, mit Cole Beasley kann man nicht rechnen in nächstes Jahr. Gabe Davis ist gefühlt sehr Hit or Miss. Ja, das ergibt schon Sinn. Das ergibt schon Sinn. Aber es kommt bei den Bills auch extrem darauf an, wie die zusammenbleiben in der Offseason, sage ich mal. Dann der Washington zu den Bengals. Ich glaube, Bengals können beinahe Best Play Available gehen, wenn da nicht extreme Lücken sich auftun jetzt noch im Rest der Saison durch irgendwelche Verletzungen. Klopfer auf Holz wollen wir natürlich nicht. Oder durch irgendwelche Trades oder Free Agency-Szenarien. Also ich glaube, Bengals könnten Best Play Available gehen. Ist das dann unbedingt ein Tight End in der ersten Runde? In einer recht oder in einer ziemlich starken Edge-Class? Weiß ich nicht. Zugegebenermaßen auch eine sehr gute Tight End-Class, aber I don't know. Lucas Van Ness, das ist eher der Rahmen, in dem ich den sehe. Ich glaube, bei DJ war der deutlich früher und wäre ein typischer Denver-Pick, muss ich sagen. Aber bei Denver müssen wir halt auch noch abwarten, wer da als Head-Coach hinkommt. Antonio Johnson zu den Chiefs. Das finde ich cool. Das passt auch wieder gefühlt einfach. Das kann ich manchmal nicht beschreiben, aber das ist einfach so ein Ding, das passt. Das sehe ich vor mir. Genau wie, habe ich vorhin nicht gesagt, aber Joy Porter zu den Steelers. Das ist auch so ein Ding, den sehe ich einfach in der Steelers-Uniform. Antonio Johnson, Chiefs. Ich hätte jetzt nicht direkt gesagt, oh, Antonio Johnson, der muss zu den Chiefs. Aber wenn man mir das so sagt, dann sehe ich den direkt in der Chiefs-Uniform und ich sage, das passt. Da gehört er hin. Mal gucken, ob das dann wirklich hier in dem Rahmen ist oder vielleicht einen Ticken weiter unten. Und Jamil Gibbs dann zu den Eagles. Das wäre echt nochmal sehr, sehr eklig, ne? Moment mal, wen haben die Eagles? Die hatten zwei Picks nur, ne? Die hatten nicht drei. Ja, okay, gut. Dann haben die Miles Murphy nur. Nur. Ja. Gibt den Eagles mal noch Miles Murphy und Jamil Gibbs dazu. Oh, weia. Ich weiß, die Eagles verlieren auch relativ, oder werden relativ viel verlieren diese Off-Season, höchstwahrscheinlich. Aber mit den Picks nochmal, jetzt hier in dem Mock mit dem zweiten Running Back vom Board, das wäre schon echt richtig gut für die Eagles. Und ein bisschen eklig für die restliche, mindestens NFC East, wenn nicht sogar ganze NFC. Gut, das war der erste Bucky Brooks Mock-Draft. Ein paar interessante Sachen dabei. Ein paar Sachen, wo ich deutlich weniger zustimme als bei DJ und ein paar Sachen, wo ich deutlich mehr zustimme. Wo mich ein paar Sachen gewundert haben bei Daniel Jeremiah, die ich jetzt bei Bucky Brooks vielleicht eher, oder die bei Bucky Brooks so waren, wie ich sie eher erwartet hätte. Deswegen interessante Kombinationen in beide Richtungen ein bisschen ausgeschlagen. Ich weiß nicht, wann ich meinen Mock-Draft das nächste Mal mache. Vielleicht nächstes Wochenende, da habe ich keinen Lehrgang, das heißt, da müsste ich ein bisschen mehr Zeit haben. Aber mal gucken, ich verspreche erstmal noch nichts. Aber ich setze mich auf jeden Fall ran. Ich weiß, dass er sich gewünscht wird von vielen. Ich hoffe sehr, das Video hat euch erstmal zufriedengestellt und hat euch gefallen, wenn ihr aber durch mich freuen, falls ihr einen Like da lasst. Wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.